Also außerhalb von Ferien darfst du in der Woche nicht spielen. Ja. Oh, let's go! Wieso überhaupt dies noch mal im Master zu kommen? Welcher Killer ist es? Ich weiß es noch nicht. Gar nicht. Oh, ist der Geist. Echt? Der Hohen ist direkt zu mir gekommen. Naja. Irgendwer ist ein Keller von euch. Oh, ja, ich bin im Keller. Ich hab grad die Tore gehört. Oh nein, geht nicht. Wollen wir den Generator da machen? Ja, ich mach den schon. Ich hab ihn schon angefangen. Ich hab nur gedacht, dass ich vielleicht find ich ne Werkzeugkiste. Ich hab ne Karte gefunden, aber die bringt mir gar nichts ohne Erdung. Ja, aber kannst du ja mit rausnehmen. Ne, ich hab ja, ich hab ja einen Healpack, aber du kannst es nehmen, wenn du willst. Äh, ich bleib lieber bei meinem Kasten. Okay. Oh nein. Dann hast du Selfcare oder so Medipack? Ja, Medipack. Okay. Der Schlecht, also der schlimmste Generator ist gemacht damit. Also niemand geht mehr zu diesem Haus im Keller. Jetzt bist du okay. Ich hab ihn geduckt. Ich hab ihn geduckt und raus. Okay, ich komme zu dir. Soll ich dich heilen? Komm zu mir? Ja, ich komm zu mir. Komm gerade aus, weiter aus, weiter. Also geh in die Richtung. Und jetzt macht er sich undsichtbar. Alles. Wir wecken mich locker mit dem Generator. Ich hab's natürlich perfekt für die Kleidung noch. Der ist nicht so gut. Ich lass den Generator hier machen, oder? Ja. Ja, ja. Lass mich hier stehen. Der mich extra. So, dass du mich sehen kannst. Ja, er ist bei mir. Solange wir nicht so ein Flux. Er hat nämlich Cut so jetzt kurz in unsere Richtung geguckt. Aber jetzt nicht mehr. Das war noch bei mir. Okay. Nee, also ich höre ihn. Okay, doch nicht. Ich hab's schon dreimal gestand. Alter, ich geh immer weg und dann... Dann passiert nichts. Jetzt müsst ihr mich weitergaben. Oh, eine Verarsche. Ja. Der Generator ist gleich fertig. Okay, unsere auch. Alter, hast du grad den Kellerton gehört? Oh, sorry. Kein Problem. Ja, doch nicht fertig, ne? Ich höre den Ton nie, wenn jemand anderen Generatorn macht. Er ist wieder bei mir. Oh, renn, renn, renn. Oh, oh, oh. Wer soll rennen? Er verfolgt dich? Nee, doch nicht. Nee, er verfolgt dich. Vom Sprecher. Lass von diesem scheiß Keller weggehen. Ja, ich hab den schon zu hart gezugt. Wir haben jetzt alle Generatorn beim Keller gemacht. Lass den hier machen, denn nächstes hier. Woh, bisschen, bisschen bis zurück. Achja. Ich hab sie glitchesegelt. Jetzt ist es aber dir. Oh! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Was? Wir, Wot? Ja, jetzt werden wir hier vorbeigegenwacht sind т. Ja, aber wie hat er denn st47 von mobilisés? Ja, einfach weggeschlagen. Mitdrehen. Oh, der hat missdelictiert. Egal. man kann irgendwie sein item ablegen und sind dann wieder vorne pushen wie kann man sein item ablegen das geht auch wenn du vielleicht das wechselst mit der truwe jetzt kann jetzt 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 ein bisschen weg ich krieg ein bisschen weg wenn nicht schon lassen sterben wenn er weiter so viel ist egal ich weiß jetzt jetzt wenn ich ja unter und er hat ja auch ein bisschen schuss aber er sieht sich nicht ich werde ich erholt also ich bin also ich bin ich bin tatschbar ich bin tatschbar ich bin ich ja ich habe genug gesammelt ich habe genug gesammelt nein für so wenig nicht ich habe den dreimal gestand achtung ja ich habe genug gesammelt 8000 8000 punkte gesammelt reicht das für einen rang oder reicht aber julian brauchen noch erst 5000 sonst hat jasmin hat schon 8000 und lara schon 10.000 ich muss entweder entkommen er ist natürlich ein gerater machen aus der wurslar und ob es in die andere richtung gerannt ne bis beim konflikten generatoren ja bei denen bist du nicht doch hier gibt es gibt zwar im konflikten ich hab gerade gesehen ich dachte war julian ja der war doch direkt bei dir juli war direkt bei dir jetzt wollte er mich hier ist irgendwie eine rate halbgemacht doch da kann auch mal hätten sollen ja auch generatoren ja hier im konflikt noch ein aber das nicht mehr gemacht zwar knapp ob er du face kämpft mich wenn du mich weiß ich mache dich fertig erleben wird zum höll ich finde dein haus der bräuchten keller dann werde ich mein computer zerstören wird dein leben zerstören der fläche mehr zu mir verpiste die generatoren ja noch der generator ganz ich sehe ich ja guck er guckte ich weiß aber er braucht eine zeitlang dass er sich wieder sichtbar macht deswegen ein solch kommt warte 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 ich will erst wissen wo er ist also er guckt nicht mehr in meine richtung bei jasmin in der richtung er war in jasmin in der richtung gegangen er kommt zu mir er kommt zu mir los mach 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 soll ich direkt heilen ich hab mein medipack ja halt euch er chaste immer noch drin nein du musst dann kommen sonst wird es wieder endlos werden hast du den gemacht und konflikt hier können wir aber dann nur ein bisschen ja das bringt nicht dass wir den hier machen nein was soll ich auch dann zweites mal oder sogar ein drittes mal ähm zweites wenn du überhaupt wenn erstes mal ich war das kann auch erstes mal sein ich bin jetzt erstes mal bei dir der hätte ich einmal Daumen gebracht ach fuck was mach ich denn ey ich bin so ein bisschen gefahren er hätte sich nach dem Haken gebracht äh jetzt brauche ich in der Nähe passt auf ich gehe zu ihm ich war hing noch gar nicht dran nee das schaffen wir nicht ach du hängst das erste mal ach so ich dachte ja ok sie kommen zurück zu uns Lara bist du weg? ja äh nein er ist bei Lara er ist bei Lara er ist bei Lara ok hängen raus brennst du genau zu Lara glaub ich mein thank god shit den ok nein er chaste immer noch Lara oh das war ein nice trade Lara ich gehe bei die Palette da der kommt zu uns ja bin ich die ist immer noch unten komm her ja er zahl mich genau komm gleich zu dir bring jetzt ganz wieder drückt sich einfach spät springen jetzt geht geht wir machen den generator nicht fertig wir machen wir nur bis zum ich glaube wir können sie über fertig machen ne nein am ende hat er so ein perk drin er kommt in eurer Nähe er kommt in eurer Nähe aber ja er ist direkt bei euch wieder ich hole sie ok ja ne warte ich mach ich ja mach den mal fertig ich kann eher ein bisschen strugglen er kommt eh direkt zu uns glaube ich mach den auf jeden Fall er ist fertig das ist wichtiger er kommt zu mir glaube ich ja er kämpft immer noch soll ich ihn fertig machen ja ok mach fertig ich sehe ihn nicht ich sehe ihn nicht ich sehe ihn nicht er kommt zu mir la jag Lara er hol Lara Lara ja Jasmin wie oft hängst du schon am Haken gar nicht er kommt zurück er kommt zurück er kommt zurück er kommt zurück du musst blocken du musst blocken ach so stimmt ich hab ja Lara's voll du musst blocken mach Lara weiter fuck auch gott sei dank mach er kommt doch bis nicht ja warum ist komplett geheilt wegen ganz Medaillin ja ich hab auch andere hat er hat er hat er hat er hat er hat dass man Heiligen sieht Heilung sieht ach fuck ich mach den mal der Tor auf ok ich mach den mal der Tor auf ok ich will nicht schon wieder sterben der Hurensohn wo macht irgendjemand ein Tor auf gerade ja ich mach das bei Lara da wo Lara hängen ok ich geh Lara zu Lara gleich soweit ich geheilt bin komm zum Tor auf oh nice das ist gut oh nein 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 naja er kann schon ich bin tot das Tor ist offen komm noch zu dir was da hinten wo Lara ist oder was da wo Lara gerade liegt genau da hinter der Scheune ist das vielleicht können wir sie noch heilen oder blocken oder ja ich versuche ihn zu blocken ne add anti wiggle add anti wiggle ja das wird nix da schweine kommt genau in deine Richtung fucking Noob Camper ey ich wünschte man konnte sie sofort irgendwie blocken oder sowas dass man nie wieder mit denen in eine Lobby kommt wo ist jetzt hinter der Scheune mich nicht doch ich bin schon draußen also ich bin schon da ja er ist auch bei euch aber weil es nicht war ne ich hatte gerade ein bisschen Angst dass er den Park drin hat als ich krieche direkt mir aber egal ich hasse so Leute mir aber egal ich hasse so Leute